So, die Räume werden kleiner, das kann mit Spikey nur scheiße werden und Pogo, aber okay. Oh, ihr könnt meinen Sprung ändern, wenn ihr wollt. Hire, Double oder massakriert mich weiter mit Pogo, mir wurscht. Ich schaff's, ich werd gegen euch antreten, egal was passiert. Und danach müsst ihr hier wieder den Raum füllen. Erst 5, dann 4, dann 3, dann 2 und 1 im Wechsel. Aber ihr macht eh was anderes, ich kenn euch doch. Ich werde hier eh sterben mit Pogo. Ja, ich werde hier sterben mit Pogo. Ich muss die Sprünge timen können. Ich muss die Sprünge timen können. Ja. So, wenn's jetzt im Wechsel kommt, könnt man's schaffen. Nein, ihr tötet mich. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab mich durchgepackt. Ich hab mich durchgepackt. Hat euch das Spiel richtig schön Arschtritt gegeben. Einfach durchgepackt, Bitches. Einfach durchgepackt. Nice, 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 nice. So läuft's im Business. So. Oh, weg vom Pogo-Jump. Jawohl. Oh, nice. Korean Wolf-Style. So, wir haben den Doppelsprung. Das ist doch mal ne Ansage. 53% halten da ausnahmsweise mal zu mir hier. So, jetzt kann kommen, was will. Jetzt ist alles in Ordnung. Jawohl. Jawohl. So, ihr müsst das Layout des Raumes verändern. Pitted, Bumpy oder Flaming. Ihr könnt das entscheiden. Oh, jetzt müsst ihr wieder in den Chat fleißig schreiben. Okay. So weit, so gut. Wir sind bei Raum 15. Man merkt, die Gegner ziehen schon ganz schön an. Und danach könnt ihr die Gegner nochmal verändern, wenn ihr Bock habt. Tiny High oder Husky. Ich lese jetzt schon Flaming. Ich sehe jetzt schon wieder, dass ihr mich umbringen wollt, ey. Oh mein Gott. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Mehr als 60% wahrscheinlich. Sie wollen eine Flaming-Scheiße, ja, oder? Ich sehe das doch schon wieder kommen. So, wenigstens gibt es für mich auch ein Flaming-Heart. Da hinten. Oh, noch ein Bonus-Herz. Läuft. Okay. Komm, wir haben viel Geld. Können wir mal wieder einen Slot-Container oder so. Einen Herz-Container wäre nicht schlecht. Huh. Okay. So, mal sehen. Wie werden denn die Räume? Flaming natürlich. Das hat mich gerade schon umgebracht, obwohl ihr noch nicht mehr entschieden habt, dass die Räume Flaming werden sollen. Aber okay. Machen wir so. Und Husky-Enemies. Wenigstens das. Das ist in Ordnung. Ach, du heilige Mutter Gottes. Ja. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Ich kann mich jetzt schon nicht bewegen, ey. Oh mein Gott. Mann, das Spiel-E-Maus-Ding muss kaputt gehen. Boah. Was für beschissene Räume sind das denn? Alter Verwalter, ey. Geht ja gar nicht. Boah, Leute, ey. Was wären so viele Gegner, ne? Fuck you! Scheiße, Mann. Ach, jetzt kommt es ja nicht mehr. Jetzt ist ja der Raum clear. Okay, alles klar. Oh Mann, zwei Herzen nur noch. Wie wäre es mal mit Herzen? Okay, ihr könnt nochmal die Raumgröße entscheiden. Oh, bitte, bitte, bitte. Keine fliegenden Gegner. Keine fliegenden Gegner. Bitte, 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 bitte. Nein! Nein! Oh, Gott sei Dank. Und irgendeiner soll mal hier brav ein Herz fallen lassen. Oh, verdammt. So, Mann, da liegt so viel Geld, ich will es haben. Okay. Wir haben ein bisschen Sticky Floor noch. Okay. Ja, 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 ja. Peaceheart. Bitte lande da. Bitte lande da. Oh. Boah, ey, nee. Kaum Move-Möglichkeiten, ey. Ihr mit eurer scheiß Flaming da, ey. Wahnsinn. So, die Räume werden noch kleiner. Bald springe ich instant an die Decke. Super, ey. Ja, richtig. Wäre Isaac ein Community-Spiel, hätte ich immer noch nicht die Meinung besiegt. True Story. So, ihr müsst mir helfen, Gizmo zu kriegen, Leute. Schreibt Gizmo. Spamt Gizmo in den Chat. So viel wie möglich. G-I-Z-M-O. Schreibt Gizmo in den Chat. Los, 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 los. Spamt es. Gibt alles. Wir brauchen 168 Votes für Gizmo. Ich hab wenigstens wieder full life, ey. Das ist schon mal gut. Boah, mit Orb. Ey, wenn die Räume kleiner werden, treffe ich mit Orb irgendwann nicht mehr, weil ich die instant gegen die Wand setze. Das ist euch hoffentlich klar, oder? So, und jetzt könnt ihr meine Waffe nochmal neu verzaubern. Oder alt verzaubern. Feuer, Eis oder Lightning? Auf geht's. Oh, das ist schwierig. Was wäre jetzt am günstigsten mit dem Orb? Ich glaube, Lightning wäre geil, wenn wir das so oft raus spammen. Also den Orb durch so viel fast attacking werfen wir das Ding jetzt mittlerweile richtig geistesgestört. Okay, nochmal ein Peaceheart will ich haben. Läuft. Puh. So. Okay. Und jetzt hat, schauen wir mal. Gizmo! Wir haben Gizmo. 212 Votes. 126%. Naja, wenigstens da kann ich auf die Community zählen. Und Eis. Okay, wir frieren die Gegner ein. Wir haben jetzt eisige Orbs. Okay. Raum 20. Ah, neuerster Shop. Ein neuer Slot. Ein Wing Heart. Oder ein Lucky Heart. Ich sag mal so, wir haben schon drei Bonusherzen. Ich würde sagen, am sinnvollsten wäre ein Slot. Oder wie seht ihr das? Auf geht's. Es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist kein Schlampenherz. Just saying. Just saying, Logan. So, ich denke, da sind wir uns alle ziemlich einig, dass wir mit dem vielen Money, das wir da rumliegen haben, auf jeden Fall einen Slot Heart uns holen. Yes. Also einen neuen Herzcontainer. Das ist Nummer 5. Sieht doch nicht schlecht aus. So. Der Raum sieht allerdings scheiße aus. Um Himmels. Yo. Vereisen. Vereisen. Nice. Nice. Sehr geil. Sehr geil. Okay. Wir sehen die Eisis in Action. Das sieht super aus. Und Gizmo hilft auch noch ein bisschen mit. Unser kleiner Gizmo. Der schießt dir so ein bisschen rum. Der ballert es auch noch ein bisschen rum. Das läuft gut. So. Dank dem Peace Heart verpissen die sich wenigstens auch hier teilweise. Aber ich brauche die Gegner. Ihr könnt die Gegner bei mir jetzt auch direkt wieder verändern. Tiny High oder Husky. Okay. Ja. Eis ist schon mal nicht schlecht. Eis ist cool. Oh. Und da konntet ihr auch noch den... Den Raum verändern. Sehe ich gerade. Ihr habt es aber schon von alleine gesehen. Oh je. Oh. Bonus Hearts. Bonus Hearts. Ich will sie alle... Nice. Sehr gut. Sehr gut. So. Ich habe gesehen ihr konntet meinen Raum verändern. Spiky. Habe ich jetzt ein ernstes Flaming und Spiky? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst, dass ich jetzt Spiky und Flaming habe? Oh. Jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage an die Community. Was ist euch am wichtigsten im Leben? Geld, Liebe oder Berühmtheit? Schreibt jetzt Money, Love oder Fame in den Chat. Was ist euch? Oh, das sind ja wirklich Spikes überall. Oh, holy shit. Was ist euch am wichtigsten im Leben? Was ist das, was ihr wollt? So. Wie machen wir denn das jetzt hier am günstigsten? Ich darf keine Doppelsprünge machen. Okay, Doppelsprung. Darf ich hier eigentlich nicht... Ich darf keine Doppelsprünge machen. Ich darf keine Doppelsprünge machen. Leider. Das dürfte interessant werden. Genau. Ihr verpisst euch einfach alle mal. Okay. Ich habe Flaming und Spiky. Ja, das ist schon echt Hardcore, ne? Hier ist eigentlich schon ganz geil. Ich habe die kleinen Gegner einfach eingefroren über der Lava und dann fallen die direkt in die Lava rein. Das ist richtig nice. Komm, mach kaputt. Ja, gut. Damit kann man arbeiten. So. Jetzt ist die Frage. Husky Enemies gibt's. Das finde ich gut. Und... Was wünscht sich... Was wünscht sich... Das Wolfpack am meisten im Leben? Love! Ich nehme das Herz aber nicht auf. Es ist Love. 44 Prozent. Wünschen sich die große Liebe. Oder Liebe in allgemein. Das ist auch gut so. Von 207 Entries. 44 Prozent. Das ist doch die Liebe zum Wolfpack. From the bottom of ours. To all of you. Vielen Dank. So. Dann gehen wir mal weiter. Ihr müsst mir eine Brücke bauen. Kriegt ihr das hin? 0 bis 10 in den Chat schreiben. Aber denkt dran, ich brauche eine niedrige Brücke. Eine hohe Brücke bringt mir nichts. Also... Also... Baut mal fleißig. Das Wolfpack, die fleißigen Handwerker. Was? Das sind überall Spikes? Das ist ein Blitz. 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 Keybridge, ja? Das ist euer Ernst. Na gut. Ja, das mit Pogo wäre natürlich instant vorbei. Aber im Doppelsprung sollte ich hier eigentlich recht gut arbeiten können. Oh mein Gott, Gegner. Oh mein Gott, was ist denn nass hier? Okay. Okay. Oh, rüber geschafft, ey. Woo! Also mit Pogo wäre das nicht möglich gewesen. Ganz sicher. So, die Räume habe ich schon gelesen. Räume sind jetzt Hügel. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott, das sind ja Riesengegner. Das sind ja Riesengegner. Alter, schau mal, wie klein ihr die Räume mittlerweile gemacht habt. Was soll denn das? Und ihr könnt sie jetzt noch kleiner machen oder ihr macht sie einfach mal wieder ein bisschen größer. Schreibt doch mal bigger oder smaller in den Chat. Ach, du Scheiße. Aber an sich sieht es ja gar nicht so schlecht aus. 23 Räume haben wir schon. An den Slot mochte ich gar nicht rankommen, ey, da oben. Das war mir zu risky. Komm, reinhauen, reinhauen, reinhauen. Das war mir.